Hallo Leute Leute, heute spiele ich Sia, also heute spiele ich Navy Simulator, ich bin jetzt Trainer, im letzten Video, das hat nicht aufgenommen, trotzdem habe ich schon eine Stufe höher. Der David ist dabei Zivilist und ich werde ihn vielleicht heute töten oder er nicht, weil er heute Pirat sein wird. Ja, David sagt mal kurz Hallo, das war zu lassen, bitte nochmal, ja jetzt, okay ich hoffe ihr könnt ihn hören, David setz dich mal hin, wir fahren noch hier raus, weil hier dürfen wir nicht schnell fahren und jetzt vollgas. Oh, da hinten wird schon gekämpft, links, oh Mist, wir haben verloren, da hat es mich. So, da wird ich, so in der Propeller dreht sich auch, wie realistisch. So, wo schreibst du? Wo schreibst du? Sehr gut. Jo. Ja, da ist schon mal, mir passiert, dass ich der abgeschossen wurde mit dem Bomber. Da links, der ist feindlich. Krass. Soll ich da mal fahren? Mann, darfst du nicht. Wir fahren. 60, 65 SPS Knoten, glaube ich. So, da ist hier, ist dann ich. Also auf der Rückseite, dann ist da mein Quartier. Aber geh mal in die Thieme. Und dann drück auf Piraten. Ja, jetzt bist du Pirat. Ja, da ist ja alles voll mit Sand, das war schon nicht. So, jetzt hab ich... Ich brauche mir mal ein besseres Glauben. Komm, wo hat man noch ein Messer? Ein Messer habe ich auch, das habe ich nicht. Das ist wie, duck, 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 duck. Ich kann nicht mehr Sponsen bauen, so schief schon. Du hast gerade... Das ist 70 Dollar. 70 Geld. Was ich mir denn für Geld habe? Ja, da kannst du kein Boot bauen. Du hast eine Waffe, oder? Ja. Doch. Die Beretta im Neuen. Wie geht es? Wie packst du dich so viele Kugeln, ähm, gepackert? Okay, ich an... Ich an... Ich angele jetzt, ich lasse tatsächlich mit dem Boot läuft vor. Geschütz, warte, da, 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 da. Ich seh da schon fein Flüche. Ich angele erst mal. Ich greife ich mal an. Ich weiß halt nicht, wie schnell die Pfann und wenn da drei Leute sind, nur Chance. Aber ich habe dieses Geschütz auch, also, das ist gut für solche zu töten. Damit, ich greife jetzt die Piraten, ich greife jetzt von dir ein Piratenschiff an. Ich treffe dannarsi, da, wie kann die Fahrwicklung gucken? Ja, diese Hypom jedoch, ich... Kommen sie von dir. Dann bin ich... So, wieso machen die das...? Ich wollte mich von hinten anschleichen. Loll oder Cringe? Gibt es auch andere Fische außer die 15er? Was? Gibt es auch andere Fische außer die 15er? Joel, du musst kämpfen, nicht fischen! Verstehst du das nicht? Ja, okay. Warte mal noch einmal und dann noch ein bisschen Schiff. Okay. Alter, das lahme Schiff. Ja, das brauche ich einfach so. Oh mein Gott. Okay. 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 Und dann bitte die Tür. Den Saufen. Ich hasse dich, ich hasse dich, du Kackflug, sorry. Dummi ist schön. Ja gut, kann man auch nicht mehr wecken, ne? Ja, ich hab mir nicht mehr. Die Doppel. So wie viel Geld hab ich? Zwei hundertfünf Dollar? Was hab ich mit Fisch geятельt? Ich mach das jetzt. Du verdienst ja mehr als ich. Nur mit Fischen. Wenn ich mir ein Bruch drauf hab, hab ich das für immer. Wenn ich mir ein Bruch drauf hab, hab ich das für immer. Wenn ich mir ein Bruch drauf hab, hab ich das für immer. plan heute hier zwischen acht und und schließt Perfekt, ich fahr direkt mal mit meinem Schiff. Wo bist du? Ich fahr mal vorne bei den Piraten. Ja, Jo, ich komm jetzt auch gleich und trete dich. Ja, ich fahr grad irgendwo herum. Was, der läuft so gut. Nein! Wie wärs, wenn wir uns beim Ding treffen? Digga, der schießt alle meine Dinger ab. Dieses dumme Ding. Herbst viel Wasser bringen wirken. Wasser trinkt wird raus. Ah, du hast viel Wasser trinkt. Du hast die Wasser trinkt und du einfach mal an. Nein! Hast du recht, was wir tun? Louis? Ja? Okay, Louis. Ich bin gerade bei den Pirates. Okay, dann komm ich auch zu den Pirates. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Mann, ich bin doch gestrangig. Ich bin gestrangig. Ich bin gestrangig. Ich bin gestrangig. Di 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 di. Di 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 di. Nein, Mist. Ich will nicht auf irgendeine Rebellion. aber ich habe eine waffe ist der schiebst du die jährige so hättest ich komme jetzt gleich bei den kirchen sind die jahre ich glaube hier die sind so so weit weg das ist unfassbar die 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 jetzt angeli ich wieder denn da hat er das ist es wieder ein feindlich jetzt fliegt Du angest doch immer, wie angestisch bist du. Ein gleiches Ding. Liegst du mit Heli oder was ist das Flugzeug? Nein, ich nicht. Ich komme mit einem kleinen Boot. Boot und das ist rot. Jetzt kommt ein kleines Boot und das ist rot. Ich werde euch alle töten. Alle. Und alleine. Hast du verstanden? Genau. Puppe. Was bist du überhaupt? Ich habe 13.000, verstehst du? Und du hast wahrscheinlich 3. 10.000, richtig. Oh. Ich fliege gerade ein Lippo. Ich dachte du kommst vom Boot. Ja. Aber ich muss ja... Vielleicht... Mein... Mein Boot. Perfekt. Pium, pium. Ich schieß gerade auf so ein Boot. Natürlich. Wie groß ist das? Setz. Oh. Bist du hinter mir? Nein. Ich habe so ein schwarz-rotes Boot. Okay. Hat das einen geschützt? Ja. Okay. Ich auch. Und es kostet 150. Okay. Gleiches. Oha. Wo ist der leckt mir? Ich habe ihn gekillt. Und was? Jetzt habe ich 200 Dollar. 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 Ich dachte du kommst. Er hat das. Wenn ich ihn nicht weiß. Ich such jetzt. Wo die Base ist. Wo ich schlaue ihn an. Ich schlaue ihn an. Ist überhaupt Anna? Ähm. 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 Kann ich die ausreden? Ähm. Kann ich die ausreden? Ähm. 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 Ich bin bei SIA Militär, Kuha, Kaku. Wie kannst du bei SIA Militär sein, Digga? Willst du mich verarschen? Du kannst nicht bei SIA Militär sein. Ich bin bei SIA Militär, Kuha, Kaku. Schau auf die Messer, dann siehst du mich auch. Enten Norden. Enten Norden. Enten Norden. Ich bin neutral. Ja, irgendwer ballert mich ab. Hast du ein großes Boot? Schauen, was du hast. Nochmal. Gehen wirval. Oh, die weremel-typen. Gute an die Tonehnche. Kopf, Kopf, Kopf. Piratenpaartur. Wo absolutely kag Cebo, Baby ärger? Das Coat, du hast geschritten. Ja, geh weg. ich fahr schon ich will fahren wir fahren gerade Piraten mit deswegen fahr ich weg du bist selber ein Pirat schau mal wo bist du gerade bei der Map bei den Denkungen bist du bei Seebank oder bist du bei Aria Bist du im Geist wiesel Island wiesel Island wiesel Island wiesel Island wiesel Island Ich schieße gerade davon, wird die geschützt, aber mir macht es nichts, weil ich es nicht mache. Fabian. Weil ich das Dürbel in die Aachen fache. Ich angle gleichzeitig und fahre gleichzeitig. Ah, irre! Ich schieße. Zurück. Vielen Dank. Da wird Was? Ah, bist du hier noch hier? Ich bin bei der Seebahn Ach so, da kauft der Flug Super Ich bin bei der Seebahn Seeberg Wir rauben die Bank aus BAM 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 So jetzt müssen wir wieder so kommen Ich bin gownnyt Wieso kostet das? Pilotenliebts inte Das ist ein kleines Lens. Das ist ein kleines Lens. Ja klar Digger, Louis, ich rabe gerade aus. Naja, das ist schön. So, ich habe 54 Dollar. Wo war's? Digga, mein Boot ist weg. Nein, hast du mich auch voll? Ja, wieso, du bist ein Pirat. Kanonenboot. Ja, dann hol ich mir so ein Kanonenboot wieder. Nein, Baby. Ich weine. Ja, wo bist du? Wo bist du? Ich weiß nicht mal, wo die Bank ist. Bei der großen Pfotteninsel oder was? Die Bank. Wo ist die Bank? Geh auf dieses Kompass zeichnen und siehst. Du musst. Ich hab' keinen Kopf. Ich hab' keinen Kopf. Weißt du jetzt, wo sie ist? Was? Ich weiß nur, dass ich gerade das Ding ausgeraubst hab, die Bank. Wie heißt die Bank? Sind Träbel, Cruiser? Die Bank. Nichts Cruiser-Ding. Ich hab' keinen Kopf. Ich hab' keinen Kopf. Ich hab' keine Banker von. Daniela? Du kannst' mir nicht sagen, du weißt nicht, wo die Bank ist. Alter! Ja, wirklich. Hä, wie viel Geld habe ich, muss ich? Fünfhundert 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 Sechzig. Wenig krieg ich immer Geld. Ja, von Hundert Fünf. Ich hab grad nichts gemacht und ich krieg Geld. Ja, ich auch. Ich hab nichts gemacht. Und Mansfurt schneller als Mansfurt 62. Mansfurt 65. Mansfurt 70. Zeig. Beweis. Digger, ich leg's euch auf. Hör auf. Hör auf, Juna. Keiner will singen. Hör. Du hast auch grade gesagt was. Nein. Doch. Aber ich singe ja so schön. Mhm, stimmt. Digger, also da gibt's nicht. Hör auf, Juna. Ja, mein Mann. Ich hab dich knall den eigenen Mann aufgemacht. Na, fach. Hier noch ein bisschen. Äh, wie soll ich sein? Wopper, wopper, wopper. So, was lässt du jetzt hinliefern? Dort ein bisschen rumscher Haus. Also noch. Den, den, der, der. Du siebenhundert Sechzig. Ich hab Tausend Dollar bekommen. Wow. Nein. So schnell ins Bus, sonst dies Bonds. Nein, der ist viel größer als ich. Dum 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 dum. Okay. Ich glaub ich muss wieder in die... 직s. Was? Ah, ich schaue die Bank, ich schaue die Bank, ich schaue die Bank. Das ist so dumm. Der trifft mich nicht mal. Ist über der Bank. Nein, ist so ein Flugzeug. Ja, bei der Bank ist ein Flugzeug. Auch da ist ein Flugzeug. Ja, da ist noch ein Flugzeug. Es brennt. Oh. Aber meinst du? Oh, also was? Das ist noch ein bisschen. Ich muss es reparieren. Nein! Yes! Das ist noch ein bisschen. Ich muss es reparieren. Nein! Yes! Ja. Das ist schon. Das ist schon. Nein! Das ist schon. Nein! Das ist schon. Hast du auch schon mal die Bank aus Kronz? Was? Aus Kronz? Na. Ja, dann kriegst du, wenn du fünf Goldbahnen oder drei hast, dann kriegst du... ...tausend toll noch. Toll. Deswegen hab ich zwei tausend anhundert fünftzehn. Wo bei mir fliegt da ein Flugzeug. Piu piu piu. Hey, warum krieg ich eine Tür für 50 Dollar immer? Ich weiß es nicht. Tiff weiß es nicht. Ach so, weil ich immer durch die Insel fahr. Ich auch. Ich auch. ist ein flugzeug gerade ins wasser geflogen ja ich bin hast du einen großen Schiff? klar, aber das ist mein Kollege ich bin innen drin weil dann weiß ich dass ich bin ein Bass nein nein, das Boot geht unter, weil ich angetreffen wurde Schießt gerade einer von deinem Boot? Ich weiß nur, dass mein Boot runtergegangen ist. Digga, hau ab. Ich brauch dich nicht. Geh weg, du Kack-Pirat! Ich brauch keine. Ich hasse Piraten. Ich brauch dich nicht. Ich hab den Ding hier und die Missverboten zurückgegangen. Okay. Junge, wie triffst du ihn? 3.400 Dollar per Aspekte. 2.400 Dollar per Aspekte. 3.400 Dollar per Aspekte. 4.400 Dollar per Aspekte. 5.400 Dollar per Aspekte. 3.500 Dollar per Aspekte. Soll ich mir den Zerstörer kaufen, bis 1600? Ich hole mir immer so'n Land, Schnellboot. Ich hole mir so'n Kanonenboot, würde ich mal. Und jetzt kreist du mich bitte nicht auf. Ich hab dich wohl ja nicht abgeknallt. Wer hat das Haus? Geh mal auf den Kompass, da siehst du alles. Aber da ist doch ein Flugzeug abgestützt und was neben mir perfekt. Die Fahrt der Flugzeug gegen Flugzeug. Deine machte eine Linkskurve, jetzt eine Rechtskurve. Jetzt landet er was. Machst du das? Nee. Die Piraten rufen die mehr Bank. War richtig. Oh man kann das Fahrzeug, das Boot parken. Das ist nicht weg, denkst du. Weiß ich. Ich aber nicht. So. So, jetzt fahr ich wieder kurz. Nein, nein. So. 36 Minuten. Geh schon. Auf. Aus. Also. Hom Thanks. Hal. Frau. All right. D�, dust. Ich bin. Untertitel. Kannst du schon wissen? Jasi. Es ist nicht, wie soll. Jasi. Hmm. Es ist nur ein Punkt. Ich hab mich fick'n Flugzeug ganz weit unten. Ok. Nee, wahrscheinlich gar nicht. Und zwar auf deiner Leos-Kurve. Da noch Flugzeuge ist abgestürzt. Wasser. In the water. Nur du könntest dir das Kreuzmachschiff ins Haus holen. Wieso sollte ich? Weiß ich nicht. Ich will raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich hab Mutter an. Alles. Danke für gar nix. Danke für gar nix. Ah,災 Trott. Ch Mats, P ус. Sch B, B, K..... Okay, vollständigvoins. Ich habe eine Reboot-Kleid. Nein, ich fahr mal dran und geht sich rückwärts. Das muss ich nicht. Nein, was ist das? Ich fahr da bei so Felsen. Das ist richtig schwer. Transport! Ja, ich fahr da bei so Felsen. Ja, ich fahr da bei so Felsen. Ja, ich fahr da bei so Felsen. Das ist ein Gang und so der Base. Was ist das? Oh. Gibt es da nicht auch Heile im Spiel? Nein. Wieso? Nur so. Ich fahr da bei so Felsen. Ich fahr da bei so Felsen. Oh shit. Not gut. Ich bin beim... beim Hubert ausgespielt und er wartet mich mal, wie er los. Oh, mein Junge. Oh, mein Junge. Oh, mein Junge. Hä? Für zwei Goldbarren bekommst du 1100. Ja. Geil. Kapatture. 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 Ich hab 5200. Wie viel Geld hast du? Oh, mein Junge. Nee. Ähm. Ähm. 15.000. 15.000. Und du? Achso. Warte. 15.000. Du, du kämpfst nicht mal. War ja nicht. Und wo? Komm, dann... muss ich doch sagen. Ich fahr einmal zur Bank und trug mir Geld. Ich geh jetzt auch in Piraten. Ja, dann kann ich dich hinführen. Ich bin jetzt bei Piraten. Und du? Ja, ich auch. Ich komm jetzt in die Höhle rein. Hui. Hui. Schlag ein. Ich komm gerade vorwärts. Mit dem kleinen Bubiklaus. Ja, ich bin schon oben. Fahr. Ja, okay. Woppa, woppa, woppa. Oh. Woppa. Uh. Es geht sich alles aus. Nein. Ah. Jo, fahr... Lernen fahren. Ja, das ist, weil da dreckige... die dreckige Hütter ist. Boah. Nein. Fahr einfach dagegen. Lens. Ja, okay. Ich zeig dir jetzt, wo die Bank ist. Wir fahren da jetzt. Hey, schau mal links. Schau mal links. Boah. Auf die Seite. Komplett am Rücken. Also es... Nee. Siehst du vorne das Gebäude? Das ist die Bank. Ja. Okay, ich repariere jetzt dein Fahrzeug. Und wenn nicht, ich hol mir dann neues. Du kannst dein Boot auch repariieren während dem Fahren. Aber egal, ich repariere schon. Ich habe jetzt eine MP5. Ich habe jetzt eine MP5. Ich habe jetzt eine MP5. noch rein. Und in die falsche Richtung gehst du direkt. Perfekt. Und so, jetzt hole ich mir ein paar Goldbappen. Zwei Stück. Perfekt. 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 So. Perfekt. 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 So. Ja. Dann fangen wir schon rein. Das geht nicht. ان... Ja... Das geht nur, wenn du stehen bleibst. Dann... Du kannst nicht mehr fahren. Wenn die Flugzeuge direkt habenen. Ich kann nicht mehr fahren. Kann ich fahren? Bitte? Ich. Warte. Ich fahre. Okay. Warte, gibts! Egal, wovor. Wasserpunkt der Hand, Moment. Wo ist die Wasserpontale mit der Stellung? Ja, passt schon, ist nix mehr drin, klar. Ist nix mehr drin, passt schon. Ist nix mehr drin, hör auf! Ich hab sie aus! Warte, ist sie gerade an. Verfluchte Bucht. Ja. Ein I-Form. Wait, I'm gleich da. Ui! 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 Weißt du noch bei Gran Turismo? Ui! 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 Vielleicht hören wir auf, wenn du die tun, ne? Ui! 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 und ich sag mal die giant dólares – die ��이. Ui! 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 Uisk! Ui! 任 Heartko Baby Coach Alex! Ui! mehr nicht. Jo, die Phoebe. Phoebe. Jo, da musst du rein. Du schlau. Ich weiß. Schuhe duk, 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 duk. Schuhe dabel, dabel, dree, fixte. Servus. So. Wieso hast du noch immer die Wasserpumpe? Das spawnde ich dann auf mein Schiff, okay? Auf dein Schiff. Ja, warum? Wie geht das? Ich fahr da... Ich weiß nicht mal, wie das geht. Bei diesem Ding. Bei diesem... Bei diesem oder bei dem. Nee, da nicht. Und da auch nicht. Doch. Ich hab angemacht, dass nur ich im Fahrzeug sitzen kann. Man kann da nicht anmachen, dass man nur im Fahrzeug sitzen kann. Ja, okay, mach mal. Probier mal, wenn du sitzen kannst. Ja, du kannst... Du banst mich dann raus. Du schmeißt mich nicht raus. Aber du können ja nicht raus. Du hast auch vorher gesagt, dass... Nur du fahren und schießen darfst. Und da! David, da musst du... Und vorst... Was machst du denn? Geh da runter! Wieso? Ich durfte auch nicht bei dir umsauen. Wieso? Ja. Junge, jetzt bist du so angefressen, oder was? Du, ich durfte bei dir vorher auch nicht umsauen. Ja, wenn ich da in einem anderen Team war. Beruhig dich. Ja, und jetzt in meinem selben Team. Mach die Pumpe aus! Was ist die Pumpe? Was? Du wirst? Okay. Und jetzt in meinem nedenして ich... Du wirst... Ja, ich... Du wirst... Du wirst... du bist gesucht doch gesucht doch aber ich bin nicht so schlimm wie du die noch nicht musste ich habe wo ich weiß nicht nicht mehr, was du hingeht, warte. Nee, lieber jetzt, weil dann hab ich nachher vom Platz mehr. Und dann ist Kacke. Such mich. Und wo bin ich? Unter Wasser, ich bin hinter dich. Ich bin hinter dir und nicht dich. Äh, was ist da? Äh, ich kann... Maxwell, die Katze! Was kann man da machen? Weiß ich nicht. Wenn du uns die Polizei suchst. Auch es ist geil, das zu wissen. Ja, war jetzt unnötige Lebenszeit. So, jetzt raub ich das Ding aus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? David, ich spawn jetzt ein Boot, okay? So, wo ist denn das Boot? Ich geh mal zu meinem Boot hin. Willst du nicht mitfahren? Das ist ein nageres Boot. Okay, tschüss mit uns. Bin ich halt schneller. Deutlich. Bin ich nicht. Ja, genau. Kann man rückspiegeln. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Oh never, you like this woman. ...U pamię, wir hatten eine richtiges Bevinsch, hier. Na, noch einmal, okay? Ega, warte doch! Da hat noch fünf Minuten, okay. Ega, wie ist denn Dreierkolonnen? Ega, warte doch! 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 Wo bist du? Ja, ich fahr jetzt zur Sia-Bank. Da bin ich schon. Ja und? Ja und? Hm? Sia-Bank, nicht Sia-Bank. Oder Sia-Bank. Sia-Bank, nicht Sia-Bank. Warte, 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 warte! Oh, look, ich will eben jetzt ein bisschen. Wo hab ich? Eilandtour, ich muss gleich verdienen. der im Ja, das ist... Dieses dumme Schein ist, ich hab nicht vorgestellt. Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Was schafft man noch? Ich fahr wieder zurück zur Basis. Schafft man noch, hat schon, oder? Leute, denkt ihr schon. Ne, geht doch nicht. Alles klar. Doch, es wird rausgekündigt, lasse. Oh, ich bin früher da als du und ich seh' dich nicht mal. Ich bin schon drin. Oh, ich weiß, was hat das angetropft und geschafft. Ich hab mir das so gut. Unter Wasser, Wasser. Ab 20 gehen wir verrasch. Jetzt gleich gibt's nen Kampf, ne? Insektenkampf. Und nur für Bruce ist so wie ich. Und durch die Fliche. Auf geht's? Treppen. 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 Du gehad, Alter. Das ist eine Hechtung. Ich guck doch! Wo bist du hier? Vielleicht komm ich ja. Ich bekomm es wieder zur Bank. Okay. Ey, wir werden uns jetzt wieder davon hassen. Ich zieh, ey. Ich habe zwar noch 19 Prozent Wasser auf meinem Boot, aber egal. Mein Boot war unter Wasser und ich habe es gerettet. Was? Wirklich? Unter Wasser? So fünf Meter oder so? So, da wird... Was? ... Uh, ja. Oh, wir werden... Wir werden nicht nur, wenn ich den Rollen habe. Hmm. Ähm. Rühr. ja hier hat die Bank aus die Bank die 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 sind die gut jetzt jetzt müssen wir noch tun oder der die 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 anstieg im 2.5 AHH! Ich bin tot! Mit euch? Wieso? Ich teleportiere mich einfach zu meinem Boot. Ich teleportiere mich. Ich bin jetzt wieder da! Ich habe mich einfach zu meinem Boot teleportiert. Das ist halt der Geilste zurück, wenn du es dir hübsst. Digga, was machst du? Ja, ich muss kämpfen. Lass mich doch in Ruhe. Das ist meine Mission. Du hast auch eine Waffe und du kannst töten. Aber ich mache es nicht, weil ich nicht ehrenlos bin. Ja, aber so ist das Spiel leider. Ich kämpfe sogar mit. Gleichzeitig getötet. Wo sind die? Wo sind die? Dann geht es wieder randalisch. Also dann geht es wieder die Toten. Entschuldigung. um ich bin ich komme ich bin sie sind als ich weiß dass sie daran ist schattet sich mehr auf die stadt der die stadt mann hat sich nicht ich So, jetzt mach ich die Wasserkumpe ab. Ja, damit hast du ja schon dieses freundes Ding gemacht bei mir. Was? Egal. Ah, 60. Ah, gut. Wer hat's mit dir schon gemacht? Egal. So, ich hab jetzt mal was von mir gemacht wird. Ich hab acht recht. Oh Gott. Acht von zehn hab ich richtig bei dir. Ist das gut? Leonie, Leonie, dui. Leonie, dui. Leonie, dui. Wie viel richtig? Ich dachte, das war's. Das war nicht grün in deiner Lieblingsfarbe wäre ja. Digga. So ein lange. Wo ist immer gesagt schwarz? Nee, jetzt grün. Grün. Guck dir mal mal das Gefühlbild bei uns ab an. Dann wirst du sehen, was ich für Künstler hab. Ja, ich hab genau so viel wie die Leonie erwartet. Soll ich dir was sagen? Nee. Komm, hier hat die Leonie alles erwartet. Ich weiß nicht, das geht aber egal. Einfach gehen. Du, die hat mehr Ratten als ich bei dir, Brie. Stell dir das mal vor. Es ist mehr Ratten als ich bei dir. Digga. Btw. I got 180k. Lol. Rufzeit. Wie krass, äh, Song. Wo bist du gerade? Wieso? Wo bist du gerade? Wieso? Wo bist du gerade? Wo bist du? Ich bin gerade bei dir, Militär. Okay. Ich bin bei den Piraten. Lügst du? No. Okay. Ich fahr jetzt gleich zur Bank. Okay. Leute, eigentlich sind wir ja bei der Bank. Aber du kommst nicht zur Bank. Wieso? Weil die Schere los ist. Darf ich nicht? Aber töte mich nicht. Töte mich schon. Muss ich doch. Ist meine Aufgabe. Da steht, verteidige die Base. Ja, die Base. Aber nicht die Bank. Ja, und? Was ist denn? Digga, hör doch auf. Los. Hi. Ja, ich muss das. Du musst nicht. Doch, das muss ich. Das, es ist, ich bin, es ist meine Aufgabe. Wie oft soll ich dir das sagen? Wie soll ich teleportiere ich mich hier? Nee, bitte nicht. Scheiße. Ich hab kein HP mehr. Ich weiß, deswegen komm ich auch. Ha, hast du dich zurückgesetzt? Ja, weil ich Schiss hab. Das hab ich noch. Ja. Egal. Wieso ist das los? Junge, du Schwein. Wie kannst du dich daher teleportieren? Okay, wir beenden jetzt das Video, okay? Ich komm zum Piraten. Ich muss erst mal herfahren, ey. So, da ist man los. Ich ess dich so oft gekühlt. Super, man ist mehr als ich dich. Okay. See, das ist das, das kostet. Da hat wir verabschieden uns, okay? Das Wasser drin. Wirklich? Kanan similart Wasser schutz지막. Ich rede der Fußstrafen. Wie ist das der Fuß? ja ich dachte wir verabschieden uns jetzt ja ich verabschiede mich jetzt schon dann bist du ich hoffe ich hoffe zumindest wenn ihr noch kein like oder ab oder da gelassen habt dann macht das berät und schaut mit auf